Ich wollte eigentlich hungriger Hugo-Video einmal reinziehen hier. Hand durch! Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Rentner wie Sports Action mit Monte. Komm mal her, hier! Feier! Wie verbrüht er denn da? Gewalt gegen Frauen. Oh, mit Tennis rein, oder was? Moin, moin meiner Tennis, moin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Eins, zwei, drei und ab! Oha! Du hast dich so probiert, okay? Und dann tu das. Wie habe ich mich versucht zu drehen? Manau, manau. Nossi ist schon ein kleiner Schlawiner, ne? Das ist schon ein richtiger Schlawiner, der. Manau, manau. Überstreckt, ich werde leichter. Wow! Oho! Was denn das? Was denn da? Will er das Sprungbrett fressen, oder was will er denn fressen? Was macht der denn mit dem Sprungbrett? Hä? Oha! Der macht ja voll die FT. Gibt es euch auch irgendeinen Typen, der so halbnackt irgendwie einen Tanktop streamt und den Frauen gucken, weil er gut aussieht? Ja, in Deutschland? Wer denn? Die eine Titte, weil die Knossi ist so schräg. Er darf und ist dann ziemlich... Was hast du da gerade gemacht, Rohat? Hast du gestolpert, in die Ecke gefallen und dann ist sie auch, wurde sie zu dir gedrückt? Was macht denn Rohat da? Sag mal! Ich nicht, ich habe nichts gesagt, es ist einfach gekommen. Also hast du jetzt zu ihr gesagt, du, 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 du nicht? Das war ja in Amerika. Hast du das auf Englisch gesagt? Ja. Wie hast du das gesagt? Ähm, ich habe gesagt, ich habe Piss you. Best of Amars Live-Event. Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Livestream. Hey Leute, es wird heute richtig geil. Wir haben auch heute um 20 Uhr den... Da ist die Kamera. Dicke, dicke, fette Props an Revi an dieser Stelle, dass er uns diese Halle zur Verfügung gestellt hat. Wir hatten ja gestern... Hier natürlich einmal meine Mods von überall aus Deutschland angereist. Die Mods von Amar. Euch sollte man den Mod-Stempel wegnehmen. Boah! Sehr, sehr gut. Sagst du einfach einen Sinn. Hier riecht es nicht nach Baccarat Rouge. Hier riecht es richtig nach Macher. Hier riecht es nach Scheiße. Ich weiß nicht, wer euch das Moderieren beigebracht hat. Leute, guck mal, was es ist. Hallo? Freunde, wir gehen rein. Erste Runde. Und wir gehen hier direkt in den ersten Fight. Was war das? FNCS-Finale oder was? Ich habe es leider nicht mitbekommen, Leute. Ich bin voll bei FNCS und sowas raus, ne? 13 und Pain. Wir sehen die beiden gegen Norgz. Holt sich den ersten Kill. Kann er sich den zweiten holen? Nein. Abgelehnt und es ist jetzt geklippt. How to Fortnite-Turnier kommentieren mit Eli. Veno ist down. Noah Rayleigh ist jetzt auch down. Wir sehen sie beiden. Eli fragt sich, was macht der da überhaupt? Heißt, fühlt sich bis jetzt aus? Er ist unter den Top 9. Noah Rayleigh. Shit. Aber I'm for real. I'm sure we're living up. Noah Rayleigh. Ach, der ist fit. Hat er mal alleine kommentiert oder was? Bro, die sitzen da einfach wie fünfte Rad am Wagen. Ey, ich muss los. Wieder 800 angezündet. Wollt ihr mich verarscht oder was? Das ist doch nicht XS, Digger. Was ist das für eine Kacke? Boah, ich find, der fit ist eigentlich ganz gut, aber er muss halt die Kapuze abnehmen. Also, kannst du hier, kannst du nicht ausdenken. Das ist ein Kerl, Alter. Nicht lachen Challenge mit Papa und... Ich find, der sah doch ganz fresh aus. Kannst du hier, kannst du nicht ausdenken. Das ist ein Kerl, Alter. Nicht lachen Challenge mit Papa und Sohn. Let's go. Nope. Nope. Okay. Nicht lustig, ne? Ja. Okay, Versuch 2. Es ist ein unglaublich schöner Tag. Und draußen ist es warm. Er ist auf dem Weg nach Hause mit der Bar. Fandest du das nicht lustig? Aber zum Glück hat Abo immer ein Ass im Ärmel. Ah, okay. Ich zeig dir jetzt ein Clip. Hast du nicht gesehen, was passiert ist? Guck's dir nochmal an. War das nicht lustig? Doch auch wenn alle Strenge reißen, gibt es eine Person, die immer klappt. Da wird er brechen. Oh, was ist denn heute los? Ja, sowas feiern Kinder. Ich sag dir ehrlich, sowas feiern Kinder. Insolvenzbetrug, ja oder nein? Hier das offizielle Statement von Apo Red. Und zwar haben einige versucht, mich zu triggern oder beziehungsweise mich zu fronten, indem die gesagt haben, ey, Digga, du hast keine Gardine, Penner, Harzerwohnung oder was auch immer. Ich habe auch keine Gardinen. Er rechtfertigt sich in seinem Statement gegen Insolvenzbetrug, warum er keine Gardinen hat. Ich habe auch keine Gardinen und wer braucht Gardinen? Sollen das? Wenn man jetzt Gardinen hat oder nicht, was hat das so bedeutet? Wie juckt das? Hast du im Wohnzimmer einfach gar keine Gardinen? Ja, wie juckt das? Ich habe auch keine Gardinen im Wohnzimmer. Warum muss man das Statement machen? Ich habe das selber jetzt demnächst in der Wohnung. Abgesaved eine freshe, Neubau-Vier-Zimmer-Wohnung. Mit Gardinen. Das ist echt ein bisschen komisch. Guck, dass wir jetzt über deinen Gardinenzustand Bescheid wissen. Insolvenzbetrug ist ja ewig so wichtig. So ein dummer, misstgeziger Penner, als ich jetzt dachte, oh geil. Ey, das Ding ist einfach, ey, der arme Red, er hat sich ein bisschen zu triggern lassen von den ganzen Dullis, Alter. Schade. ...davor, wenn ich an der Straße liegen kann, ich das nächste Brötchen bei der Bäckerei nicht leisten. Den musst du leider enttäuschen. Mich wirst du dennoch in einem 120.000 Euro, 600 PS breitgebotenen Range Rover umcruisen gehen. Seit Mitte Mai ist das 9 Euro-Ticket erhältlich. Die Geschichte Corinna Kopf und Sydney. Mein Name ist Corinna. Deutschland. Das ist gut. Ich bin ehrlich, ich komme tatsächlich in Deutschland. No, I'm not joking. Just let us know. Yes, of course. I'm not saying this for like content, like I'll really show up. Oh. Deine Mutter muss lang genug sein für mein Sch***. Furchtbar. Boah, schäbel, schäbel, ehrlich. Boah. Er sagt man noch nie. Da distanzier ich mich auch mal wirklich direkt. Wenn ich mit ihm bin, ist ja nicht so, aber da hat er wieder... Tut mir leid für meinen Umgang. Deine Ahnung, Digga. Deine fette Mutter. Hey, jawohl. Das steht immer so gemein. Schlimm, so kenn ich ihn nicht. Ist der nur aus dem geworden? So war der noch nie. Steh immer genau so und spritz in diese Richtung. Könntest du ja nicht vor mir einen Tisch drum spielen? Haus raus. Sonntag kriegt los. Sie endlich seinen Behindertenausweis. Downsyndrom und Anerkrankung. So war der noch nie. Muss in den letzten Wochen passiert sein. So war es der nicht. So, gehen wir mal da rein. Ah, Mont ist ja jetzt Single wieder, ne? Er sucht jetzt wieder hier. Ist jetzt hier auf Suche. Wir haben geile Videos hier. Von LifeActs, die wir kennen. Bei LifeActs. Calvin und Rata. Calvin. Peace, Leute, was geht das? Heute machen wir eine krasse Experiment mit Trockeneis. Was? Die Prankbros waren bei Amar? Lava nicht, Bro. Ich hab ja alles verpasst. Oh mein Gott, Bro. Okay, Leute. Oh mein Gott. Richtig krass. Rata und CEO. Was ist für euch die wichtigste Plattform? Beide mal so, ja. Ich muss mich erstmal entschuldigen. Ich bin übertrieben high und überhaupt nicht gesellschaftlich. Drogenanklage. Wie war die Frage nochmal? Direkt in den Knast. Hey, warum geht die Musik los? Für puren Kakao-Nuss. Noch eine Frage habe ich dazu. Ist das... Ey, das ist so ungewohnt, Rata irgendwie so dünn zu sehen, ne? Das ist richtig ungewohnt. Habt ihr Bock mitzureacten? CEO hat übertrieben Bock. Dann mal rein in die Song-Reactions. Immer wenn du sagst, dass du's nicht mehr zu mir schaffst. Ich schwöne wie Mario. SSIO ist einfach der Beste. Das ist genau das Video für SSIO gerade. Bro, er steht hier auch einfach so. Er steht einfach so abseits. Genau das Video für SSIO gerade. Hey, nochmal einen dicken Applaus für Cio und Rata. Sehr, sehr freu. Ich danke dir für euch. Alles Gute. Mama. Was guckst du da? Geil, wenn man so lange weg war und sich dann mit Eindruckt. War okay, das Video. War okay, war okay, war okay, war okay, war okay. Krass. Amar und die Prankbros. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. 努 Arena. gmbh. Boer trocken bitte. Und die Tür nicht gewinnen. coat Gmbh. 操 자신 auf dem Ach Virtual Is Myersivers.